herzlich willkommen bei random vlog eine wichtige nachricht so wichtig dass ich so hier mein frühstück unterbrochen habe es geht um den pool ich zeige es euch besser selbst seht ihr das meiste ist raus da ist kaum was drin die temperaturen sind selbst für mich jetzt zu kalt und dementsprechend haben wir das wasser ausgelassen und in ein paar tagen wenn wir den pool dann auch abbauen des weiteren muss ich sagen da ja bald weihnachten ist heute schon mal auf einige weihnachtsvideos ah ja und das darf ich euch auch nicht zeigen wartet wartet kurz seht ihr ich habe verdammt viele schnurberthaare im gesicht seht ihr das diesmal ist er richtig fett gewachsen seht ihr das wie auch immer wann der pool abgebaut wird zeige ich euch nicht aber ich wollte euch wenigstens zeigen dass wen abbauen und das habe ich euch jetzt gezeigt das war es dann auch wieder mit random vlog danke fürs zusehen